Das ist ein spannender Pool, finde ich. Weil sogar Sushku könnte da so ein Upset geben. Ich weiß, ich glaube nicht. Sushku, das ist schon länger der seitdem. Ja, das ist ein bisschen dickzweif. Nudelsuppe? Nudelsuppe, komm mal her. Komm mal her. Erstens, warte mal, ist ausgegangen. Jetzt kam das Match? Ja, ich dachte, jetzt fängt eine richtig krasse Kombo an. Und dann, warte mal, wie du willst als nächstes gegen Gageo Mons? Ich weiß nicht, Showman spielt gut, aber ein bisschen komisch, finde ich. Oh, du wirst sehen. Boah. Showman spielt wirklich Woke. Er ist wirklich, er ist, er ist Woke. Guck mal, Digga, er wollte gerade Shield Stampen. Das macht keinen Mark auf dem Level. Oh mein Gott, was? Woke! Woke einfach nur. Oh mein Gott! Digga, was macht der das? Woke ist Woi, Alter. Das war der C-State. Das war zu viel Illuminati-Videos auf YouTube geguckt. Oh mein Gott. Noch einer. Digga, ihn dann noch so Jump-Cancel-Upsmash, wenn beide auf der Probe. Er besiegt halt so Top 6 im... Wenn Sean Wayne eine Doku wäre auf YouTube, dann wäre er Zeitgeist. Ne, dann wäre er... Oh, er ist schon wieder gemacht. Wie heißt diese Ägypter-Doku, die C-Wars aufheuert? Kennst du die? Das interessiert ja nicht raus. Boah, Oostock, fick ihn mal, Mann! Digga, fick ihn mal jetzt, Alter, der hat gar keine Chance eigentlich. Let's go, Oost! Sein Controller ist kaputt, glaube ich. Komm, wir hoffen jetzt zu John wieder nicht. Das sieht aus wie so... Leitner rollt in die Zeit und dann hat er falsche Ärends. Wenn Oost eine Doku wäre auf YouTube, er wäre Löwenzahn. Mit Peterlust. Oh! Ja, Digga. Kennst du diese... Ich weiß nicht, das Auge der Ägypter oder sowas? Die Atlantan. Mit den Atlantan. Das ist so witzig. Aber ich doch... Die Riloft-Pyramide wurde von Sklaven erbaut. Und das glauben Sie wirklich? Und das glauben Sie wirklich? Oder von den Nephilim. Von den... Die Nephilim. Die Freimaurer haben das eh alles organisiert. Was sind Nephilim? Das sind gefallene Engel. Oder Aliens. Hier, Dantau aus Devil May Cry ist ein Nephilim, glaube ich. Oh ja, das... Ja, aber ich habe... Ich habe Smash ihn doch einfach! Schade! J! V! J! V! Ist okay, du kannst jetzt auch runterspringen. Nein, nein, kannst du nicht. Nächstes Smash fickst du ihn sowieso. Upsmash! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist eben da gescheinert. Das wird so überbringend. Ohne Scheiß. Zane könnte jetzt Easy 3 Stocks ziehen. Natürlich könnte Zane die Zane 3 Stocks ziehen, Alter. Okay, hast du Sam, hast du Sam. Fick ihn. Aber so muss man denken... Ich rede über Sklaven aus der ägyptischen Zeit. Das ist wirklich schlimm. Das ist doch eine Tatsache, dass die Sklaven haben. Let's go, brown people. Hey, das waren doch... Wir waren jedenfalls klar. Waren das nicht... Na, so Schwarze... Und Nubien, oder? Ja, ja. Nubien war doch letztlich von Ziegen. Ich muss grad mal gucken, wie macht man das nicht? Wahrscheinlich als Teams. Foto... Ihhh, war das eklig! Zeitbieter! Oh, das hat knappe Sachen. Gibt es nicht ein ganzes Kapitel im Alten Testament über Ägypten? Ja. Ja, Moses. Ja, siehste? Das ist halt schon sick eigentlich, ne? Was er mit der Ägypten macht. Hä, ich glaub Moses ist das... Ich glaub Moses ist das... Gott ist so okay, Alter. Aber was ist okay? Ne, Moses hat die Ägypten halt schon gebodied eigentlich, ne? Fucking smoothart. Moses ist auch das beste Buch, Alter. Digga, wir holen alle eure Babys ab, so. Digga, Digga, ich lass das Wasser zu Hause. Digga, die können ja nicht mehr trinken. Das dann... Doch, das könntest du trinken. Das wäre relativ nahhaft, glaube ich. Was ist das? Schallig. Ist das nicht fix wie Eisen oder sowas? Ja, das ist wirklich in Ordnung. Wenn das kann man schon... Ja, und das Wasser ist eigentlich nicht so hoch. Du lässt ihn, ist das so... Was? Erst doubles, dann Amateur, dann Pro, ja. Es gibt im Neuen Testament ein ganzes Kapitel, mit von jedes... Let's go! Aber Neuen Testament ist doch lame. Eines Testament ist so heftig. Eines Testament ist so... Irgendwie Ezekiel 17,2 oder so ist so... Ja, Bruder, ihr habt jetzt Israel so erobert und so Jerusalem, aber dafür werden wir eure Babys gegen Steine schmettern. Ist halt so... Digga, Gott tötet einfach eine ganze Stadt, Alter. Weil einfach mal ein Bock drauf hat, weil das Hufen so in der Stadt sind. Das ist einfach Hard Buddy. Und dann schaut die Bitch halt erst noch zurück, Digga. Was denkt die wer sich... Welche war der Geile, der getestet wurde? Den so alle... Alle Plaken... Ähm... Wie bitte geil. Oh Gott, Digga, ich weiß wie du meinst. Wie war? Ja, voll. Das ist so... Da bist du ehrlich... Wir haben auch die Völkende da richtig feinigt. Ja, einfach oben, ne? Hey, das ist dieser Typ, der so... Der so... Satan zum Teufel kommt und sagt so... Digga, er liebt dich nur, weil du ihm alles geschenkt hast, Alter. Und er so... Ne, Mann, guck, ich fick seine Tochter kaputt. Wie bist du denn nass? Gib ihm AIDS! Wo? Er hat nichts. Und dann sagt er so, ich liebe Gott immer noch. Und dann gibt Gott ihm alles wieder. Digga, Gott ist so ne Homeboy, Alter. Digga, wer gibt ihm AIDS? Kann ich den Leuten... Hiob hatte viel AIDS! Ey, wie viel steht es scheiße? Er steht eins nur voraus. Aber, Digga, frickt ihn! Digga! Digga! Er hat nicht nur das Gehirn an, jetzt. Hiob! Hiob! I feel like they're not talking about the set at all. Sorry, we were talking about the Old Testament. We'll be right back with the set. So right now it's 1-1. Now this is a really interesting matchup. It's very volatile. It's very volatile. And that one-stop lead is a lead. I feel like they both poke a child rap go. Oh. XD. Digga, ich komm ins West-D überhaupt nicht klar. Wo macht man doubles? Oh mein Gott! Oh! Ah, das war wieder... Hey, ich hab schon mal irgendwas krankes gemacht. Hör auf dir an dein Aufregion. Ja, dann hat er verkackt sein. Oh! Er macht einfach. Pick ihn! Er ist ein Macher, der Typ. Ja, man! Einmal in die andere Richtung! Ja, man! Only S-Smash, Digga! Erstmal schön rein, macht nicht geil. Mach mal, mach mal, mach mal! Ja, der macht einfach. Schenk ihm nichts! Danke zu mir! Dieser Konter war eigentlich so woke, es ist eine Beleidigung, dass du nicht reingesprungen wirst. Herr Showman ist eigentlich so woke level von... von VK. VK ist eigentlich auch... Ja... Ja... Ich glaub, VK ist kein Mensch. Er ist... Er ist so wie Marc... Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein Adelante. Er ist ein Adelante. Er ist ein Adelante. Nein, ich glaub, er ist ein Adelante. Er ist ein Adelante. Er ist ein Adelante. Ich habe definitiv Teil der Rothschild-Dynastie. Das war auch so. Oh, die Abtreibung! Ja, das geht halt überhaupt nicht mal. Wir sind alle pro-life hier deswegen. Nicht mal! So schnell kann das jeden mal. Das ist doch nicht meine Entscheidung. Doch, einen gibt es, Simon, aber der spielt hauptsächlich Kirby. Das sieht nach einem Comeback aus, Digga. Das sah nach einem Comeback aus ganz kurz. Das dachten sich die Ägypter auch. Von biblischen Ausmaßen. Comeback vom biblischen Ausmaß. Die sieben Tröten, Alter, pass auf. Sieben Tröten? Oh! Die englischen aus den sieben Tröten vor der Abtreibung. Er macht ihn zur Hure Babylons, ey. Die sieben Tröten würden dröten. Die sieben Tröten würden dröten. Die sieben Tröten. Oh, shit. Hä, wer wäre Jesus? Oh! Oh! Let's go move! Four stock into... Geburt... Ah, drei stock, okay. Drei stock into...